Wien-Tag bei Freistaat ist um ein Kunstwerk reicher. Der Bildhauer Gerhard Eilensteiner präsentierte sein neuestes Werk im Rahmen eines öffentlichen Festes am Skulpturenweg Wasserscheide in der Ortschaft Biberschlag. Mit musikalischer Umrahmung und im Beisein aller geladenen Gäste und Freunde wurde mithilfe eines Krans das neue, bemerkenswerte Kunstobjekt des Skulpturenweges feierlich installiert. Künstler Gerhard Eilensteiner, der sich auch für das bekannte Wien-Tager-Wahrzeichen Wettershuttle verantwortlich zeichnet, hat in zweijähriger Arbeit ein neues, spektakuläres Kunstwerk erschaffen, welches den Namen Fluchtweg 2 trägt. Es ist eine Folgerichtigkeit aus der Entwicklung meiner gesamten Arbeit und ich reagiere natürlich auf das, was meine Umwelt macht und tut. Auf das reagiere ich sicher, aber es ist nicht mein primäres Anliegen, dass ich da jetzt irgendeine Botschaft verbreite. Für meine Arbeit ist ja auch viel wichtiger der Prozess als das Ergebnis. Das Ergebnis habe ich erfreut damit, wenn es gelungen ist. Aber mir ist der Prozess der Entstehung viel wichtiger als das Werk selber. Die Skulptur besteht aus einem mehrere Tonnen schweren Granitstein, der von Eilensteiner so bearbeitet wurde, dass man ihn betreten und mittels einer ausgeklügelten und ausgewogenen Mechanik händisch mühelos öffnen und schließen und somit darin verschwinden kann. Woher rührt nun die große Leidenschaft zu so außergewöhnlich künstlerischen Gestaltungen? Da kann ich wirklich sagen, wie die Jungfrau zum Kind, weil man weiß es nicht. Man weiß einfach nicht, wie er sowas geschirkt. Das ist eine Entwicklung, die man von der Kindheit anfängt und bis zum Sterben wahrscheinlich weitergeht. Viele Worte über das Wirken des Bildhauers hatte hingegen ein langjähriger Freund von Gerhards, welcher eine Laudatio über ihn hielt. Gerhard Eimsteiner war immer gewissen philosophischen Ansätzen zutiefst verbunden. Diskussionen mit ihm münden oft in den grundlegenden Dingen des Seins. Dies macht sicher ein Hauptelement seiner Arbeit aus. Sein Werk ist unbedingt unter dem Aspekt eines tiefen Denkens über unser Dasein zu betrachten, wo vieles absolut relativ wird. Ebenso fasziniert von dem neuen Werk zeigte sich Wegbegleiter und Freigeist Alfred Klepatsch. Ein tolles Kunstwerk. Der Gerhard sagte, er interpretiert es nicht. Da ist ein Prozess gelaufen und ich beschäftige mich sehr viel mit gesellschaftspolitischen Prozessen und habe aus dem Objekt sehr, sehr viel herausgelesen. Und der Name sagt schon sehr viel Fluchtversuch 2. Und ich habe mich mit Gerhard Unterholenvik-Hunder auf das. Und er hat zum Ausdruck gebracht, eigentlich leben wir in einer Fluchtgesellschaft. Aber das ist negativ behaftet und ich lese aus dem Kunstobjekt auch viel was Positives aus. Flucht heißt, davon rein oder sich einigeln. Aber für mich die wichtigste Botschaft von dem Kunstobjekt ist, einige zur Ruhe kommen. Das kann konkret der Stein sein. Das kann aber für einen anderen auch eine stille Art in der Natur sein. Wieder für einen anderen in einer Kirche oder in einem Konzertsaal. Das Wichtige ist und das Sergius-Symbol von dem Objekt, schau, dass du einmal zu dir kommst, dass du deine eigene Stimme spürst und hörst und vielleicht auch dann den einen oder anderen wegen die Richtung geht, wo dir die Sehnsucht hintragt, dann entsteht eine neue Dimension. Wir erleben es derzeit, dass die halbe Welt auf der Flucht ist. Die Klimakrise ist so dramatisch und wir versuchen, das ein bisschen zu überdecken. So, wir igen sie ein. Das ist das Symbol Fluchtversuch, dass ich ja nicht viel hör, weil das macht nur das Leben schwer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das Kunstobjekt lohnt ein, sich zu öffnen, sich der Situation zu stöhnen, um neue Wege zu finden. Die Kunst hat die Aufgabe, Türen zu öffnen, wo sich keiner sieht. Und ich erlebe es überall, ja, wir können ja nichts tun. Wir sind ja viel zu klein, wir Österreicher, dass wir da was tun. Und das macht Mut dazu. Und das ist das Tolle an den Projekten von Gerhard, dass da so viel Symbolkraft drinnen ist. Und ich freue mich, wenn Sie mehr mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht auch Ihren Diskurs geht, was da dahinter stecken kann. Der Gerhard hat als Künstler Botschaften gegeben, einfache Objekte in den Raum zu stellen. Was dahinter steckt, das muss jeder selber machen. Und ich tue es sehr stark interpretieren, weil es mich auch in meiner Bürgermeisterzeit sehr berührt hat, die Projekte, die sehr stark mit dem täglichen Leben zusammenhängen. Darum finde ich das ein tolles Projekt und würde mich freuen und viel herkommen und sich mit der Thematik auseinandersetzen. 19 Kunstwerke des Windhager Bildhauers Gerhard Eilensteiner werden in der Nähe des bekannten Wettershuttles zum Ausgangspunkt und ersten Teil einer Wanderbahngalerie. Alle Objekte geben gesellschaftspolitische Botschaften wieder und regen zum Nachdenken und Reinspüren an.